Ihr müsst eine Schatzkammer bauen, um Gold zu lagern. Kippee! Ein Eingang wurde erobert. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ihr müsst ein Versteck finden. Für eure Kreaturen bauen. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ihr müsst ein Versteck. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. 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 Ihr müsst einen Versteck. Hier ist parents gleichzeitig ein Versteck. Es hat sich zu ver celular gesrences. In eurem Dungeon sind jetzt neue Kreaturen. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Einige Eurer Untergebenen sind nicht in der Lage zur Schatzkammer zu kommen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR In eurem Dungeon sind jetzt neue Kreaturen. Die Kreaturen sind in den Kreaturen. Das war's für heute. Ihr braucht einen größeren Tennisraum. Das ist ein kleiner Tennisraum, das ist ein kleiner Tennisraum. Woh-oh-oh! Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Sch Im Was ist das? ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ein neuer Raum wurde erforscht. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen den Geokampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Bli! 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 Eure Bibliothek ist zu klein. Ein neuer Raum wurde erforscht. Bli! 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 Ein neuer Spruch wurde erforscht. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Bli! 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 Ein neuer Spruch wurde erforscht. Es gibt nichts mehr zu forschen. Bli! Bli! Ach, das ist ein Charaktus. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequert. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. 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 Eure Kreaturen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Zahltag. Eure Kreaturen holen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegnern. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegnern. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eine eurer Kreaturen ist zur Gegenseite übergelaufen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegnern. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegnern. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegnern. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegnern. Goldreserven leiden sich dem Hände zu. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Goldreserven neigen sich dem Hände zu. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Bau. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Goldreserven ACHRESSUM ATRACTUS Eure Goldreserven neigen sich den Händen zu. Eure Versuche sind zwecklos. Wie gespeichert. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Eure Kreaturen werden angeknüpft. Eure Goldreserven eigen sich den Händen zu. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ein Gefangener fließt dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Eure Kreaturen unter... ...we können es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Goldreserven neigen sich dem Händen zu. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Das sind die Kreaturen. Na! Vivalden unter Eure Kreaturen Eure Goldreserven neigen sich dem Händen zu. Die muss nie tun. Sie hat es nun eine Stelle. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Gefangenen verhungern. Eure Kreaturen Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Ihr habt Anspruch auf einen Gegner. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr seid gutes Futter für meine Untergebenen. Ihr seid gutes Futter für meine Untergebenen, Keeper. Eure Kreaturen wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr habt Anspruch auf einen Gegner. Ihr habt Anspruch auf einen Gegnerischen Raum. Euer Widersacher zerstört eure Räume. Eure Versuche sind zwecklos. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen. Eure Kreaturen. Eure Kreaturen. Eure Kreaturen. Und zwar noch mal der Kreaturen, Geht eine Kreaturen. Eure Kreaturen. Eure Kreaturen. Alle Kreaturen neuen Kreaturen, Ihr habt Ansprüche auf einen gegnerischen Raum. An Serialeserven neigen sich dem Ende zu. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Versuche sind zwecklos. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Mein Dungeon ist der schönste von allen. An Serialeserven ist der schönste von allen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. An Serialeserven neigen sich dem Ende zu. Eure Versuche sind zwecklos. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Einige Eurer Untergebene sind nicht in der Lage, zur Platzkammer zu kommen. Zahltag. Ob du dich nie brauchst, ein Sender. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Gämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Gämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Accelerating. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Ihr seid gutes Futter für meine Untergebenen, Keeper. Gämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Gipi! 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 Eure Goldreserven neigen sich den Händen zu. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ihr habt nicht genügend Gold. Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Gämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Eure Versuche sind zwecklos. Gämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ibus Nitu. Ibus Nitu. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ibus Nitu. Ibus Nitu. Ibus Nitu. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Die Kreaturen. Ibus Nitu. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Himmelliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Die Goldbeserven neigen sich der Hände zu. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Gämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Goldbeserven neigen sich dem Ende zu. Gämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Tartag. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Eure Versuche sind zwecklos. Was sind die Tore? Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Will gespeichert. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Baracken müssen ausgeweitet werden. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Eure Versuche sind zwecklos. Ihr werdet in Vergessenheit geraten. Herr, auf der Falle ist die Gelegenheit. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Gämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Eure Versuche sind zwecklos. Eure Versuche sind zwecklos. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Versuche sind zwecklos. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Eure Baracken müssen ausgeweitet werden. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Wir haben Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Dre Ein Eingang wurde erobert. Eure Versuche sind zwecklos. Euer Innerstes. Ich werde die Decke meiner Wohnung schmücken. Meine Untergebenen werden euren Wanschen als traurige Ruine zurücklassen. Der Widersacher zerstört eure Räume. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Ihr habt einen Eingang verloren. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Musik 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 Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zu beklassen. Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper! Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper! Oh! 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 Ich werde in Vergessenheit geraten, Keeper! Dämmerliches Geschöpf! Ich sollte euch sofort vernichten! Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Sie sind in der Versammlung. Sie sind in der Schmacht. Sie sind in der Schmacht. Sie sind in der Schmacht. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurückkissen. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurückkissen. Wir haben kein Schwuch auf deine Fähne zurücklassen. Ihr seid gutes Futter für meine Untergebenen, Keeper. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Edlern. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Euer innerste Sohn wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Gämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Gémmerliches Geschöpf. Si, ich nicht den Kreaturen drin. Schme czu ich meine Untergebenen, Keeper. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Lieber. Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnungsmittel. Ich will die Trigger-Zugung, wer kann die Triss? Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnungsmittel. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Nummer 11, die Triss jogar NotằngODay. Das wird die Triss-Zugung baut. Eurenáis Plan Stוהg. Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnungsmittel geben. Das Lee aunque schreit, gibt es denen cómo Inter rumمة werden. Vielleicht sind Dich und so wie Sie erhalten. Eure Versuche sind zwecklos. Eure Kärzungen werden angegriffen. Die Spielwiedersacher zerstört eure Räume. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen schützen die Aufklärung. Euer Innerstes wird die Decken meiner Wohnungsmittel. Ihr müsst eine Platzkammer haben. Ihr Kreuz ist klar. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Meine Untergebenen werden eurem Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr seid gutes Futter für meine Untergebenen, Keeper. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Goldreserven reihen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Eure Kreaturen neigen sich dem Ende zu. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Eure Baracken müssen ausgeweitet werden. Ihr macht Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden angegriffen. Verziehen sie es! Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Goldreserven leiden sich im Hinblick. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen liegen im Kampf. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Achtung! Wir sollten euch in die Grube zurückschicken. Unhalt! Achtung! Eure Baratonin müssen ausgewachsen werden. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Baracken müssen ausgeweitet werden. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Baracken müssen ausgeweitet werden. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Goldreserven. Eure Goldreserven ist ein Jedi-Aerkennung. Eure Goldreserven. Wir haben Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden auf den Gegner. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Baracken müssen ausgerichtet werden. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt dieses Königreich erobert. Und die Tunde fain zu sagen. Ent toler��도 wieder zuhören mit euch. Undatta tune in mit euchquela Darole goht.